so so ist ja auch ja sie schon ein bisschen schlechter jetzt So. Also, als ich letztes Jahr beim Sunshine war, dachte ich, wow, es war irgendwie, ähm, der Hammer eben. Ich fand die knackigen Jungs am besten beim Arschbomben-Contest. Diese Six-Packs, hat das jemand von euch gesehen? Diese heißen, jungen Körper. Ich brachte so einer süßen Maus an den Cocktail, als das Open-Air-Kino anfing. Dieser Körper, sie war heiß. Mir war heiß. Man, ihr hättet mich sehen sollen, ich war in Höchstform. Ich fragte sie, ich weiß ihren Namen nicht mehr, hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Sie war weg, aber ich blieb cool. Und teuer ist es wieder. 21. August, 15 Uhr, im Freibad Mauthausen. Es wird hammermäßig. Cocktails. Arschbomben. Open-Air-Kino. Es wird grandios. Es wird geil. Es wird so geil, so geil wie Frozone sich fühlt. So, ich bin weg. So, ich bin weg.